Sie baut ihre eigenen Welten und dann kann ich zuschauen, wie sie darin spielt. Es ist unglaublich, ihre Kreativität mitzuerleben. Ich habe ein Lagerfeuer gebaut. An einem Tag baut er ein Haus, am nächsten werden die Teile zerstraße. Ich weiß nie, was er sich einfallen lässt, aber es ist toll, ihm dabei zuzugucken.